Ich glaube, ich erinnere mich an was. An was? Dass ich ein Basketballspieler bin und Freunde habe. Ja, wir sind deine Freunde. Sein Gedächtnis kommt zurück, er hat sich an uns erinnert. Mein Kopf. Hallo, Camille. Mädels, ihr irrt euch. Ich heiße nicht Camille, ich bin Sampo. Hallo, Sampo. Stimmt es, dass du bei dir zu Hause eine Party feiern willst? Ja, will ich. Meine Eltern fahren übers Wochenende weg und ich habe das ganze Haus für mich alleine. Cool. Das wird ein Riesenspaß. Wen hast du zur Party eingeladen? Jeder, der möchte, kann kommen, aber es wird eine Anime-Party werden. Cool, cool, cool. Ich mag Anime. Wir werden auf jeden Fall dabei sein. Camille, du bist so nett. Stimmt es, dass du gestürzt bist und dein Gedächtnis verloren hast? Ja, es ist wahr. Ich erinnere mich an nichts. Armes Ding. Nur für den Fall, dass du unsere Namen vergessen hast, erinnere ich dich daran. Ich bin Laura. Ich bin Olivia. Ich bin Gabi. Hallo, Camille. Ich habe dich gesucht. Geht es dir gut? Ja, ganz in Ordnung. Tschüss. 영